Die große Kreisstadt Hohenstein-Ernsttal startete nun eine Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung. Unter hohenstein-ernsttal.de gelangt man zu einem Fragebogen, der von interessierten Bürgern ausgefüllt Hinweise liefern soll, welche Themen und Anliegen auf den Nägeln brennen und welche konkrete Vorschläge es zu Verbesserungen gibt. Fragen gibt es unter anderem zu Mobilität und Verkehr, Tourismus, Wohnen und Arbeiten, Kultur und Freizeit etc. Den ausgefüllten Fragebogen kann man bis 30. April per Post, Fax oder Mail senden oder direkt bei der Stadtverwaltung abgeben. Es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die Befragung ist zu jedem Zeitpunkt anonym.